Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Heute eine Stahlstudie, wir machen den Buiskavica, den NC-70. Buiskavica. Oder auch geschrieben eigentlich nur, Blishkavica. Aber gesprochen wird der ja Buiskavica oder Vica, habe ich schon wieder vergessen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ein Buis. So, erstmal schauen wir uns wie immer die Panzerung an. Die ist eigentlich ziemlich belastend, weil hier die Seitendinger sind natürlich ein bisschen am Bouncen. Der Rest ist ganz schön scheiße. Je schräger wir werden, desto kritischer wird diese ganze Punkte mit der Kanone. Das heißt also, ist eher ein bisschen schwer, den effektiv defensiv zu spielen. Außerdem haben wir eh eine Frontkanone. Das heißt also, der macht mehr Schaden, je näher wir dran sind. Mit anderen Worten, wir müssen sehr viel und sehr nah an die Front fahren. Und Panzerung kannst du quasi vergessen. Kannst halt nur darauf hoffen, dass sie jeden nicht gut treffen. Oder nicht genau wissen, wo sie hinschießen müssen. Was beides ein guter Punkt ist. Aber mal sehen. Und dann machen wir jetzt 10 Gefechte mit dem Buiskavica. Und hier sind wir im ersten Gefecht. Natürlich ein 10er Gefecht. Ist ja klar, was auch sonst. Sonst würden wir ja auch ein bisschen Glück haben. Das geht ja nicht. Wir fahren direkt hier hoch in den Süden. Ab in den Süden. Weg von der Sonne. Jo, was geht. Weg von der Sonne. An die Front. Tja, das sieht auf jeden Fall nach einer stabilen Front hier aus. Ich hoffe nur, wir fahren auch alle einfach durch. Das wäre sehr, sehr nice. Oh, guck mal, im Gegnerteam ist auch ein Buiskavica. Ich fahre mal ganz kurz nach vorne. Ich minime immer ganz kurz. Ich will es jetzt ganz kurz noch mal wissen. Ich habe es nicht vergessen. Geht relativ schnell. Buiskavica. Ja, Kavica, sage ich doch. Buiskavica. Heißt das Ganze. Buiskavica. Ja. Vor B. Die anderen sind schon wieder weg irgendwie. Ja, sind wir so viel schneller als die Heavis. Krass. Tü-tün. Ja, von hier oben schießen wir leider ein bisschen öde mit dem Zähner, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Das bringt uns gar nichts, weil der Damage so gering ist von hier oben. Aber selbstverständlich können wir es natürlich trotzdem nutzen, ne? Aber wenn ich hier komplett offen stehe. Kurz runterballern, Hallo sagen und eventuell treffen ist natürlich trotzdem drin. Tja, oder nicht? Da ist ein Objekt. Auch sehr weit weg. Auch wieder sehr wenig Damage, die wir wahrscheinlich machen können. Aber die Option, dass er da angeschossen werden kann, ist da. Aber sehr gering leider. Okay, weißt du was? Wenn der AMX durchfährt, fahre ich auch mal durch. Nur ich fahre noch viel krasser durch als er. Oh, da hat er sich leider ein bisschen verrechnet. Das Geile ist, hier stehe ich, auch wenn es erst dumm erscheint, aber ziemlich safe sogar. Weil mich nur Air treffen kann und die Artillerie. Bei der Artillerie bin ich mir nicht mal sicher, weil wir ziemlich weit, äh... Also ziemlich nah stehen für die. Ich glaube, wir sind hier sogar relativ safe, tatsächlich. Das ist gut. Das ist natürlich dumm. Aber ich muss zugeben, mit denen habe ich nicht gerechnet. Der ist der Einzige, der echt belastend ist. Schade. Also, ein LV ist frech. Ehm, wieso schießt denn da keiner drauf, Leute? Was, seid ihr irgendwie alle belöt? Also, sorry, aber wir sind hier mit fünf Leuten. Wie kann es denn, dass keiner von euch damage macht? Ich wollte schon sagen... Also, ich... Das war jetzt schon fast ein bisschen enttäuschend, irgendwie, ehrlich gesagt. Hm. Naja. Hier ist auch noch irgendwo ein Foch und sowas. Könnte halt so noch gefährlich werden. Ich fahre trotzdem mal bis zum Stein vor. Und hoffe, dass ich bis dahin nicht getroffen werde. Aber es kann auch gut sein, dass ich jetzt einfach draufgehe, weil da irgendwie ein Foch mich von der Seite trifft oder so. Was sehr wahrscheinlich ist, tatsächlich. Oder er. Oh, er sieht mich gar nicht. Ich fahre trotzdem mal ganz kurz hier hin. Aber das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof, weißt du? Auch der LV, der war offen. Du kannst den Turm easy penetrieren und keiner von denen interessiert sich dafür. Komisch. Ja, er war nicht gut geschossen. Naja. Ich meine, letzten Endes ist das jetzt nicht so schlimm, weil der trotzdem funktioniert, ne? Aber... War schon trotzdem Quatsch, irgendwie. Ich kriege jetzt eh safe ein Artie-Hit ab. Außer sie stehen da oben, dann ist es schwer für die, weil hier ein Berg im Weg ist. Ja, dachte ich mir. Ja, alles klar. Beide schießen sie auf mich. Ja, es war aber offensichtlich. Dann fahren wir mal noch einen weiter, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich vom Objekt getötet werden. Oh, er fährt sogar ganz raus. Das ist schlecht. Egal. Oder der LV-Käbich. Das kann auch sein. Oder der Leopard. Das ist auch eine nette Sache. War insgesamt eine sehr schwierige Situation, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber zumindest, das ist ein Vorteil, haben wir es geschafft, dass wir unser Team nach vorne gebracht haben und die nicht auf dem Berg hinten abcampen, weil das wäre echt ärgerlich gewesen. Der FV ist ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen, also nicht komplett, er kann ja immer noch was machen. Aber er ist jetzt so defensiv, dass es für ihn sehr schwer ist, hier nochmal rauszugucken. Die Artillerie ist ein bisschen unter Druck, weil die jetzt in einer gefährlichen Position steht und die sind gezwungen, ihre Basis jetzt krass zu verteidigen, während die andere Seite in der Basis kämmt und gepusht wird. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also es ist eine weirde Runde irgendwie mal wieder, aber ich bin froh, ich habe meine Front nach vorne gebracht. Alles erreicht. Durch mich ist der gestorben. Durch mich hat hier der FV ein bisschen kassiert. Und ja, es reicht erstmal. Wir sind auf dem Kloster. Jetzt wird es natürlich interessant. Wollen wir lieber hier hinten hinfahren? Oder hier hinfahren? Beide Optionen sind sehr valide und beide finde ich gut. Ich mache es vom Team abhängig. Ich fahre bei der Masse lieber mit, anstatt alleine loszuziehen, weil mit elf Sekunden nach der Zeit ist es eventuell besser, wenn wir doch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Hallo? Okay, auf jeden Fall kommen ein paar Heavys mit hier hinten hin. Dann fahre ich da auch hin. Ja, ist klar. Aber ich musste mir das ganz kurz angucken, ne? Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, ne? Und ich würde sagen, es ist ein guter Moment. Dieser automatische vorwärts- und rückwärtsgang ist echt nice. Fünf Leute plus Artillerie. Ich glaube, es könnte eine echt geile Runde werden. Auch auf der anderen Seite ein Scout, ein Medium, noch ein Medium, okay, und zwei Jagdpanzer. Das könnte richtig nice werden. war nicht so, nicht so gestanden, wie ich dachte, aber war okay. Das ist schlecht. Das sind viele Gegner. Krass. I'm doing your job, Manticore. Ja, okay. Was soll der Manticore machen? Der Manticore hat doch eigentlich ganz gut gestanden, da oder nicht? Ich stehe nicht gut. Ich kann leider nicht so gut um die Ecke gucken dann. Das ist ein bisschen doof. Das war aber ein guter Hit. Aber es ist trotzdem kritisch. Ich kann leider nicht so gut da rumgucken. Oh, Leute, was ist denn hier los? Guten Tag, die Herrschaften. Da kann ich leider nicht so gut um die Ecke gucken. Das ist ein bisschen schwer. Deswegen fahre ich mal ganz kurz hier oben hin. Machen wir so einen kleinen Stellungswechsel hier. Okay. Ist jetzt aber auch nicht so hilfreich, wenn ich ehrlich bin, ne? Wie ich fahren können wir auch nicht, weil die haben den Berg in der Mitte. Das heißt also, wir können dann da nicht drauf hoffen, dass die uns in der Seite nicht treffen. Schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob Durchfahren so eine gute Idee ist, Mr. E5. Ich kann es nicht markieren. Nein, man kann nicht warnen. Cool. Dann nicht. Oh. Das ist aber fein. War nur ein Hit. Ich habe dich zurück, mein Freund. Das war's, was ich meinte mit hier ist viel zu viel Seitenbeschuss, dass es sich irgendwie lohnt. Aber wir müssen uns ja trotzdem, ne? War das immer gefährlich, so fortzufahren? Ich hoffe, das habe ich ganz gut hingekriegt. Oh, das war sehr, sehr, sehr kritisch von dir. Bin ich ehrlich. Das lieber ganz kurz warten. Das Objekt schießt einmal dahin. Wenn die betäubt sind, können wir nochmal irgendwie versuchen, was zu machen. Bis dahin lohnt es sich jetzt nicht, dahin zu fahren. Oh, das ist noch ein E7. Das ist schlecht. Ich bin tot. Ciao. War nett mit euch. Aber mit dem E5 habe ich einen schönen Push hingelegt, finde ich. Und das war ohne den E7 sogar ziemlich knapp. Das hätte auch gut laufen können. Tja. Ich konnte so nicht markieren. Ich kann nicht klicken. Warum nicht mehr? Frech. Tja, das war Runde 2. Erlenberg. Und schon wieder ein 10er-Gefecht. Ich hätte gerne mal ein 9er-8er-Gefecht. Auch wenn das jetzt extrem fair ist, aber ich hätte gerne Unfairness. Ne, ist schon gut so. Aber das Problem ist halt bei 10ern, wir haben nur 2000 Leben. Das ist ein bisschen kritisch. Keine Rüstung und 2000 Leben ist quasi, ja, quasi ein sehr schlechter Tod bei solchen Karten. So Karten wie, ich glaube, Ensk war das. War das Ensk? Ich habe es vergessen. Ey, ich sehe die Karten 3000 Mal am Tag gefühlt, aber, also nicht am Tag, aber eine Woche, aber kannst du mich merken. Keine Chance. Ich stehe nicht gut. Na, es schießt zwar nicht perfekt, aber besser so als zu wenig. Ne, auf jeden Fall die Karte, wo du halt dieses ganz große Schienensystem hast, wo der Eroberungspunkt in der Mitte ist und links sind halt die Häuser in diesem, ich sag mal, quadratischen Form aufgestellt. Ja, du kannst ruhig einmal um die Ecke fahren, gucken. Trau dich, BZ, trau dich. Hier steht auch garantiert nicht dein Tod um die Ecke. Ne, ne. Komm, einmal gucken kannst du. Ist nur ein Jagdpanzer in 160 dp, AMX. Dieser komische Buiz-Kabiza. Huh, der ist ja ganz hinten. Oh. Das ist aber okay. Das ist gut. Hat sich quasi schon gelohnt jetzt hier. Oh, der ist sogar gestorben. Das ist natürlich bitter. Da machst du nichts mit, Freund. Okay, wir haben die gesamte Front rechts gerade erobert. Also, hier außen, mein ich. Das heißt, wir können ruhig hier hinfahren und mal kurz um die Ecke glubschen. Nein, können wir nicht. Das ist bitter. Den habe ich nicht gesehen. Ich bin ehrlich, den habe ich irgendwie gar nicht beachtet. Ich habe links geguckt kurz und den nicht. Hm. auch noch in die Wanne rein. Schmerzen, schmerzen. Dann fahren wir ganz, weißt du was, komm, wir machen uns mal was ganz besonderes. Wir fahren mal außen rum. Wir machen jetzt hier einen Abgang und, äh, verpissen uns. Autsch, ey. Oh. Das ist schlecht. Nein, guck mich nicht an. Hui. Und weg. So, wenn wir schon die Front erobert haben auf dieser Seite, die sind seitseite uns gehört, dann können wir die außen und um vor der Ahren und von hinten ein bisschen Druck aufbauen, weißt du? Nichts besser als ein Frontkampf, bei dem wir safe und beim nächsten Hit vom Jagdpanzer sterben. Das ist nämlich nicht so gut. Offensichtlicherweise. Jetzt sind wir quasi da, wo wir gerade eben gestanden haben. Ist gut, wa? War nur so zwei Minuten Unterschied. Noch ist dann ein 1-2-1 und alles, aber das ist jetzt erstmal egal für uns. Oh mein Gott, sind wir Versager. Wie können wir beide den Schuss verkackt haben? Hahaha. Junge, Junge. Das ist frech. Das ist wirklich frech. Oh mein Gott. Kann man uns bitte den Panzer wegnehmen? Ach du Scheiße. Er hat reingeschissen. Er hat sich verpisst. Großer Fehler. Na geht doch. Mein Gott. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Noch sind da ein paar Panzer hinter uns. Deswegen verstecke ich mich immer ganz kurz hinterm Haus. Bis wir wissen, wie die Lage ist oder dass man irgendjemand scouten geht oder generell die Lage sich verbessert. Alles klar. Ich nehme alles zurück. Hat sich gerade erledigt. Ja, cool. Okay. Dann fahren wir jetzt hier ins Wasser rein. Was richtig dumm ist. Aber vielleicht shopfen wir es ja rüber und können es da irgendwo verstecken oder so. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Das könnte auch richtig dumm sein, was ich gerade tue. Aber erstmal ganz kurz irgendwie den Safe-in-Point suchen, wo man sich zumindest kurz verpissen kann, bis die Lage ein bisschen klarer ist oder wir müssen mehr Sichtweite haben, weil hier sind noch so viele Panzer unten. Wer weiß, was uns da dann irgendwie entgegenläuft. Weil hier die Front haben wir eh gewonnen jetzt, weißt du? Die Stadt gehört uns. Okay. Ist halt trotzdem maximal gefährlich alles noch, deswegen schnell hier irgendwie hinter die Häuserwände. Sehr fein. Der Jagdpanzer 100 kann nicht jeden Tüch, der kann nur einen treffen. Der hat den 60 TP angeschossen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine freie Fahrt und können dem Jagdpanzer eher einen 100 mal einen draufhämmern. Im besten Fall. Oh Gott. Da war kurz ein bisschen Stress mit bei, weil der kann mich töten und der hat auch safe nachgeladen jetzt. Deswegen sollte ich nicht gucken, weil der wird mich safe durchschlagen können, egal wo. Der hat mehr als 300 Durchschlag, der hat 4,20, also der wird mich halt safe vernichten. Und jeder hat gerade Schiss zu gucken, weil alle low sind. Eigentlich müsste der vorfahnd sich einen Hit einfangen. Wäre zwar auch nicht das Beste und klar, ich verstehe auch, wenn er die 1.000 Schaden nicht haben will, aber dann wäre der Jagdpanzer safe tot, weil der 1.000 AP tradet. Das wäre hundertprozentig jetzt eigentlich der beste Move. Warte mal, ich habe hier hinten den Hit. Ja klar, das stimmt, der 1,2,1 war das ja. Nice. Ich fahre gerade mit Absicht hier hoch, weil das nicht irgendwo Artillerie. Wenn wir hier stehen, und nicht gespottet sind, haben wir zumindest vor, dass wir die Artillerie treffen können. Je nachdem, wo die aufploppt. Unsere Artillerie wird gerade ein bisschen abgefarmt. Sehr schade. Nee, den treffen wir nicht gut. Vielleicht müsste der arme X da hinten was sieht und dann können wir da hin schießen. Ja, bleib ruhig mitten im Gang stehen, hast recht. Ist der da links? Ja, der ist echt links. Lol, aber so tief unten, das ist schade. Egal, dann halt nicht. War ja nur eine Idee. Okay. Leute, ihr müsst jetzt einfach mitcapthern. Hallo, ich kann ihn nicht markieren mit Tee oder so. Fahr doch rückwärts in die Base rein, Junge. Selbst die Artillerie ist vor dir drin. Ja, du Kacklappenmann. Er fährt halt trotzdem ordentlich rein. Ich meine, ist jetzt eh egal, jetzt sind wir eh zu dritt hier, aber jetzt nicht rausfahren. Das wäre, Junge, jetzt mach doch, wieso bist du, wieso bist du so? Wir sind alle low. Vollidiot. Na, hat sich ja richtig gelohnt, jetzt rauszufahren. Wahnsinn, wa? Boah, ich hoffe, du stirbst sowas von jetzt noch durch irgendeine Random Kugel. Das ist mir egal. Boah, ich hasse diese Leute, die einfach partout nicht capturen wollen. Das ist für die echt wirklich so eine Schwierigkeit irgendwie. Da war schon, da war schon in deinem Haus im Weg. Naja. Vor allem, er hat natürlich jetzt nichts, wirklich absolut gar nichts bekommen. Kack Leopardmann. Ach. Weiß ja nicht. Ich meine, es sind nur ein paar Sekunden, aber teilweise gehen da echt bedufend drauf, weil die Leute zu doof sind einfach mal zu capturen. Weil die könnten ja potenziell 50 Schaden mehr haben. Die komischen Dödel, ey. Meistens sowas ist halt meistens auch noch Top-Damage-Dieler. Das ist halt das Traurige daran. Oh Mann. Weißt, die sind ja nicht schlecht, die Spieler. Die sind einfach nur blöd. Das ist der Unterschied. Karelien. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich die Karte so geil jetzt finde für einen Panzer, der sehr, sehr, sehr frontbasiert ist. Deswegen fahren wir einfach da links zum Berg und gucken, was wir reißen können. Hoffen wir das Beste. Ja, es sind schon wieder zwei andere Buizcaviza mit drin. Also der ist mit der Weile doch echt nicht mehr so selten, der Panzer. Ich dachte, das wäre doch ein bisschen weniger noch unterwegs, aber die Leute haben anscheinend echt genug freie Erfahrung zur Verfügung. Hat er mich gespottet? Safe, oder? Ja, natürlich. Wow, das sind ganz schön viele Leights, die hier rumfahren. Und, weißt du, da sind schon vier leichte Panzer am Fahren. Trotzdem sieht sich der Batschett, ach, ich gehe trotzdem gucken. Aber wir sind zu zweit, das ist ja angenehm. Können wir ihn treffen irgendwie? Was meint ihr? Tja, keine Ahnung. Ist ja auch egal, ne? Erstmal müssen wir sowieso hier gucken. Nur wir sind war sowieso relativ safe, weil da gucken uns zwei irgendwie hier hinten noch drauf. Das passt schon. Tja, mein lieber MVY, guck ruhig noch mal um die Ecke. Wenn ich Glück habe, kann ich dir einen verpassen und du bist instant dead. Wäre sich hilfreich für mich und dich. muss ich nur trauen. Ich wage unser Team, das ist sehr defensiv, das gefällt mir. What shot? Okay, entweder ist das weil der ist denn da dran. Ja, der ist denn da dran. Okay. Tja. Ja, schade. Das Ziel ist auch ein bisschen klein da oben drauf, aber machbar. Oh. Er schießt ja auf mich. Anni, hier schießt er. Ich wollte schon sagen, ich stehe hier komplett hinterm Berg, als ob der auf mich drauf schießt. Wäre ja übelst random, Junge. Ja, mein lieber Jagdpanzer, du kannst mich zwar zuschauen, aber denkst du ernsthaft, ob ich gucke da um die Ecke oder was? Du bist in der Pflicht zu pushen, nicht ich. Ich kann hier entspannen und warten. Auch der VZ, der muss nicht um die Ecke gucken, außer er ist doof. Na komm, trau dich. Du und ich, wie auch das Bisschen beide, das du willst. Also vervorwärts, kassier dir einen Hit, eventuell noch von Buisca Vita von hinten. Ich finde es auch gar nicht, dass der einfach da hinten steht. Ich bin klar, er ist ein Jagdpanzer, aber mein Freund, der Sinn des Panzers ist nah dran zu stehen. Loy. Na komm Leute, jetzt könnt ihr schießen. Das ist okay, den einen Schuss entfange ich gerne. Dafür ist er down. Na guck mal, hat's doch gelohnt. Fast 2000 Dimmel. Er ist sogar gestorben jetzt. Dafür einen Hit kassiert. Ist ein geiler Deal, finde ich. krass. 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 Wo treffen wir den am besten? Ich weiß mich nicht, wo ich den am besten hitten kann. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich guck mal kurz nach. Weil ich bin ehrlich, es ist einer der wenigen Panzer, bei denen habe ich wirklich so gar keinen Plan, wo man den vernünftig treffen kann. Äh, im Fall Y. 3D-Model. Ich nehme euch ganz kurz mit, weil die Zeit nehmen wir uns ganz kurz. Nicht visual, sondern live, bitte. Ja, die kleine Kupula da oben, die versuche ich auch zu treffen, aber das ist gar nicht so einfach, mein Freund. Aber es gibt da viele kleine Stellen, wo wir eventuell durchkommen könnten, mit ein bisschen Glück. Deswegen können wir auch ruhig einfach mal draufschießen. Guck mal, hier die Träger, die links und rechts sind, also die dicken Schraubenbolzen so. Die sind aber schon sehr groß. Nein, ich gebe euch ganz kurz ein Live-Bild. Was ist denn das eigentlich? Ah, so die ganzen Platten da halt. Die kann man auch gut treffen. Okay, ja, probieren wir mal aus. Huch, was ist denn hier passiert? Wo kommt ihr von mir bei der her? Haha. Guck mal an. Das ist doch nice. Hey, guckst du einmal weg, zack, stehen dir plötzlich so zwei Jagdpanzer neben mir. Sehr freundlich. Das war ein Fehler, mein Freund. Aber ich muss ja trotzdem nicht pushen. Da sind wir nicht in der Position für. So, ich drehe den schon mal so ein bisschen. Und wir müssen dahinter verstecken. So. Das ist doch gut. Erschiedene Position. So, mein lieber MVY. Guckst du noch mal? Boah, der ist auch fast da. Gut, du. Oh. Ja, wir sind aber noch gespottet, mein Freund. Warte nur mal ganz kurz. Weil die Artillerie würde ich sonst abschießen. Das willst du nicht. Uh, da war kurz ein kleines Leck drin. Ich hab's dir gesagt, mein Freund. Ich hab übrigens einen maximalen Leck. Ich fahr nicht geradeaus gerade. Oh, okay. Jetzt stehen wir halt hier. Ja, ich hab ab da angefangen zu lecken. Also eigentlich wollte ich ein bisschen nach rechts fahren. Ah, ich hab übrigens wieder einen. Ich... Hallo? Hi. Hä? What the fuck? Was ist denn gerade los? Was war denn das jetzt schon wieder? Hä? Schon wieder? Jetzt gerade ist es wirklich richtig instabil hier das Spiel. Ein instabil Spiel. What the fuck? What the fuck? Putz, da ist er weg. War eine gute Runde eigentlich. Ich hab was Neues gelernt jetzt mit dem MVY. Jagdpanzer N100 haben wir einmal getankt. Dafür hat er den ganzen Panzer gekillt. Ist fein. Sehr gut. Lass mich raten, der ist komplett weggefahren, der E50M. Das ist sehr belastend. Tja, dann kriegen wir wahrscheinlich nichts mehr vom Kuchen ab. Aber ist egal. Oh, der war trotzdem sehr gut. Can't you trade 600 damage for 400 fucking mordern? Wen meinten der jetzt? Oder meint der jetzt mich? Weil so früh hätte ich hier nicht runterfahren können. Ich kann halt nur bei der Wanne durchkommen, leider mit der Munition. Am Turm oder sonst was, komme ich nämlich nicht so gut durch bei dem. Aber hey. Jetzt habe ich die Chance gehabt, damage zu kriegen. Und dann leider nicht. Ja, nice. Da haben wir quasi angegriffen. Auch sehr gut. Ach, Leute. Ich verlasse das Gefecht. Denn das war schlecht. Nein, das war eigentlich echt gut. Muchas gracias. Mittelfeld und Plus. Sehr schön. Kann man machen. Oh. Dings läuft gleich aus. Naja. Das ist echt so. Na warte, Junge. Dich kriege ich auch noch. Da ist ein Lion. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ein 452K. Okay, ich fahre mal nicht außen rum. Oder doch vielleicht schon. Doch, komm, wir sind neuner. Lass da hinfahren, Junge. Ich war kurz überlegen, ob ich das lieber nicht tun soll, weil hier auf dem Berg ganz viel ist. Aber unsere Mates sind auch da drauf. Also alles gut. So. Okay. Objekte. Ich meine, du musst auch nicht um die Ecke gucken. Ne, aber du weißt schon. Ui. Okay, warte mal. Ja, das habe ich mir gedacht, aber ich glaube, das ist ganz okay. Oh. Frech. Das tut dir mehr weh als mir. Das ist okay. Potenziell habe ich zwar jetzt ein gutes Prozentchen verloren hier, aber hey, die 800 Schaden sind es wert. Das ist schlecht. Ja, und das ist ein bisschen traurig bei den Dingen. Ja, Junge, wie wäre es, wenn du die schnellste Held sind einfach hier da vorne fährst? Zurückfallen ist gar nicht so einfach, wie du siehst. Ja, siehst du? Zurückfallen. Smart Idee. Ja, der Schuss war richtig unnötig, bin ich ehrlich, aber ja. Ja, ja, der E100 ist ein harter Konkurrent für den Frontkampf. Wenn ich so extrem frontbasiert, wie ich es machen muss, sollte man es eigentlich auch nicht tun. Wahrscheinlich. Aber, äh, ja. Da scheiße ich fest, Ralf. Geil, danke. Die Stellung aufgeben. Ach, halt's Maul, Junge. Ganz ehrlich. Komm halt einfach hier hin und wir können den E100 zusammen einfach aufhalten. Wenn wir jetzt zurückfahren, kriegt unser Team halt was in den Rücken geschossen. Ist genauso scheiße. Dann noch lieber den so lange hier aufhalten, wie es geht. Und wenn wir halt gleich beim nächsten Schuss draufgehen, ist halt auch egal. Ja, aber wenigstens konnte man ja nicht so ein paar Sekunden länger aufhalten. Ist besser, als wenn die jetzt halt unser Team dann quasi komplett von hinten da, ich sag mal, attackieren. Weil hier sind ja drei Panzer quasi so lange am stehen, bis das halt, äh, der Fall ist. Naja. Eine doofe Runde irgendwie. Aber ich finde auf diese Karte ist auch schwierig, mit so einem Panzer was zu tun. Weil ich nicht weiß, wo ich mich genau hinstellen soll. Weil hier oben auf dem Berg zu campen, finde ich übelst lame. Hier oben auf dem Berg ist auch eher relativ schwierig. Hier außen, weiß ich nicht. Unser, äh, ja. Ja, ist schwierig. Fjorde. Also. Puh. Hier finde ich es jetzt richtig anstrengend. Weil ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Da unten wäre jetzt offensichtlich, ja, klar. Aber wir halten halt auch nicht viel aus, ist das Problem, ne? Hier oben Buschcampen, so wie es jetzt, ich sag mal, ein Standard-TD macht. Finde ich auch nicht geil. Ich glaube, mein Bestes wäre es, wenn wir uns irgendwie hier in die Stadt so ein bisschen reinstellen. Dann versuchen wir da so ein bisschen hinzuschießen. Um da mal zu gucken, was passiert. Ich glaube, da habe ich am meisten Erfolg mit dann. Wir bleiben mal hier auf der Straße jetzt so ein bisschen. Und wenn der Weg doof sein sollte, müssen wir mal gucken. Weil die haben auch zwei RVs und so. Das heißt, der oben außen Bereich ist sowieso für uns zu tödlich. Mal sehen. Da fährt nur ein einziger runter. Die fahren mit dem BZ und dem VK und alles da oben auf dem Berg. Äh, 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 was da oben rechts hier auf dem Hügel drauf steht. Okay, der 50TP kassiert ordentlich. Oh, ist der niedrig. Ich könnte ihn doch gerade eben noch treffen da. Hä? Ist er weg? Auch keine Ahnung. Lass ich ihn sterben. Das ist okay. Das wird interessant, weil die werden safe hier links durchpushen. Ja, aber ich fühle mich gar nicht so schlecht, weil dann haben wir diesen Frontkampf nicht so übel. Können aber trotzdem mit dahin zielen. Ich weiß nur nicht, wo ich mich hinstellen soll, weil hier ist halt auch irgendwie Kacke zum Stehen. Geht natürlich, klar, aber so ein bisschen mehr so in die Richtung hier ist schon nicht schlecht. Ich weiß halt nur nicht, wo. Da steht er auch, ne? Ich mach jetzt was richtig Dumpst. Ich fahr jetzt wieder da hin zurück, wo ich gerade eben war. Da hat er nicht gerechnet, kriegt erst mal einen 880er-Hit reingeschallert und dann ist gut. Ich glaube, der wäre auch nicht so durchgepusht, wäre ich da jetzt nicht am, äh, äh, wäre ich am Stehen gewesen. Oh, das geht nicht kaputt, das ist schade. Entschuldigung, eh, in 100 Tonnen, ey. Okay, das geht aber. Sehr nice Hit. Ja, Junge, du denkst, ich guck jetzt noch mal da hin, oder was? Jetzt sei doch nicht so. Haha, und da kommen die Medium. Hahaha. Ist ja mega. Und da gucken wir wieder um die Ecke. Und outplayed, boy. Wo kommen jetzt hier unsere ganzen Mates her? Ja, ja, mega nice. Da können wir auch außen rumfahren. Jetzt haben wir sie übermannt. Sehr schön. Hohoho. Nein, 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 nein. Hoho, ich hab ihn geblockt. Geil. Das war jetzt aber auch wirklich, äh, knapp. Alter. Nice. Aber das hab ich, glaub ich, schon mal gehabt, die Situation. Da hab ich genau dasselbe gesagt. Wenn man hier nur mit zu zweit oder zu dritt ist oder so, ist es total dumm, hier hochzufahren. Ich find's sowieso kacke, hier die Position hinzustellen. Weil die können da halt, wenn sie halt nur einen High-Down-Panzer haben, stehen die da perfekt. Und hier hast du immer offene Sicht so auf die Panzer dann. Das ist richtig scheiße. Aber wenn du da in der Stadt rumfährst und so, dann kannst du erstens den Support von dem Medium, du hast den Support von denen und du kannst dich ordentlich hinstellen. Du bist nicht sofort predictable, wo du bist. Das ist richtig gut. Wenn du die einmal zurückgedrängt hast, dann sind die halt auch am Arsch. Deswegen, ganz echt hier in der Stadt kämpfen ist 200 Mal besser, als da oben am Stein da rum zu campen. Das fand ich schon immer so und das hab ich auch schon zwei, dreimal gesagt jetzt. Aber jetzt haben wir es einmal gemacht. Das Team konnte uns auch von da und von da unterstützen. Das war perfekt. Und siehe da, was das für einen riesen Nutzen hat. Das ist richtig, richtig nice. Also, sehr angenehm. Da ist doch ein Kunstpanzer komplett ungesehen. Interessant. Hallo? Boah. 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 Gut getroffen. Sehr schön. Nice. Wobei, wir können auch richtig hinfahren. Ich hab zwar eh abgeschrieben, ich hatte noch Damage von Abkriege, aber das können wir auch nicht versuchen. Eventuell mit einer ganz kleinen Chance kriegen wir noch ein bisschen Damage ab. Ich hab jetzt einfach nur geschossen, weil ich dachte, vielleicht haben wir irgendwie Glück, aber ich hätte auch zielen können, glaube ich. 4.500 Damage. Das ist echt in Ordnung. Das war eine gute Runde. Wir standen aber auch wirklich sehr, 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 sehr gut für die Gegner. Perfekt. Von dem anderen Buiskaviza haben wir Outplayed. Dem T30 konnten wir guten Schaden hier blocken. FV in den Rücken geschossen. Das war eine richtig nice Runde. El Chaluf. Auf zur Ruine. Erster. Mhm. Der FV ist mittlerweile aber auch echt sehr häufig dabei, ne? Ich sag's da ganz ehrlich, aber hab ich mir auch schon gesagt. Oder sag ich mir vielleicht morgen erst. Kann auch sein. E100 und FV sind zwei Panzer, die mittlerweile wieder sehr regelmäßig zu sehen sind. Geile Aktion. Mhm. Erstmal erschießen. Sehr gut. Wir können zwar so ein bisschen nach unten zielen, aber nicht viel. Deswegen machen wir jetzt mal lieber nicht in den Berg, sondern fahren hier lang. Vielleicht eine dumme Idee, vielleicht eine kluge Idee. Wer weiß da schon, das können wir gleich erst feststellen. Wow, wir sind nur zu zweit hier. Das könnte übel werden. Ich werd safe in Seitenhead kassieren, aber das war egal. Ich fahr beim Objekt mit. Die anderen, die nachrücken, da ist mindestens ein Japans der N100 bei. Die können das nicht machen. Hallo, Herrschaften. Was für eine beschissene Position, die haben. Ja gut, ich sag mal so. Die Ecke haben wir trotzdem hier. Das ist gut. Und wenn wir jetzt einfach nur hier ein bisschen rumideln, die da hinten rumideln, ist auch ein Gewinn. Dann haben die da wenigstens genug Zeit, den C2-Punkt einzunehmen. Okay, vom Joss. Pluton. Fahren wir mal ganz zurück. Vielleicht kriege ich ein bisschen Entfernung gewöhnen. Wobei es eh wahrscheinlich zu nah dran ist. Wir werden uns trotzdem spotten. Oh Gott, das geht sehr steil nach oben. Okay, nicht so eine gute Idee. Alles nicht so geil irgendwie. Ich guck lieber nicht nochmal. Okay, wow. Die pushen aber gerade ganz extrem durch. Ja, guck mal. Das hat sich schon gelohnt. So, und jetzt haben die Probleme. Bei dem hat es geklatscht. Hallo. Okay, da kommen wir nirgends so durch. Das ist ärgerlich. Da haben wir ein bisschen hier verschenkt. Aber ich dachte, bei dem T110E4 komme ich irgendwie ein bisschen besser durch. Aber gar nicht. Leider. Na egal, dann halten wir uns einfach komplett zurück. Einfach mal ein bisschen zugucken. Eventuell irgendwo ein bisschen Damage absnacken. Wenn es die Option dazu gibt. Das ist ja auch okay. Reicht doch. Einfach so ein bisschen quasi den Greedy-Upsnacker spielen, weißt du? Wobei, nee, da sind noch Medium und so. Im mittleren Bereich hier und leicht und so. Okay. Und sowas. Lass mal lieber. Können wir uns nicht ein paar AP zurückholen, bitte? Hey, wir sind hier voll durchgepusht. Trotzdem haben wir mehr verloren als die Gegner. Krass. So in der Base habe ich das aber auch schon lange nicht mehr oder noch nie erlebt eigentlich wirklich. Dass wir so krass base-fuggestiert sind. Oh, den könnten wir ganz gut treffen. Boah, so gegen die Kanone schießen wir auch ganz nice, glaube ich. Geiler Hit. Sehr schön. Immerhin Damage. Geht doch. Oh, scheiße, habe ich mich erschrocken. Okay, ja, wir konnten gesehen werden, habe ich auch gemerkt. Wow, aber ein ganz krasser Winkel sogar tatsächlich. Guck mal, wie der mich da gehittet hat. Ist ja eklig. Die konnte mich da drüber sehen. Ich dachte jetzt, sie wäre da hinten in der Entfernung gewesen. Man würde da drüber schießen. Auf der Ecke. Der hat aber auch ein bisschen Lack gehabt, ne? Weil der muss ja schon weiter weggestanden haben. Auch hier, guck mal, Durchschlag 305. Es, also, ich sag mal so, ne? Ich weiß nicht, wie hoch die Panzerung ist. Wobei, wir sind nicht schräg genug. Nee, okay, dann ist die Panzerung klein. Ich dachte jetzt ganz kurz, weil das war mich auch kurz vor dem Abprallen eventuell. Aber, nee, dafür ist es nicht schräg genug. Aber trotzdem, das war ein sehr nicer Hit. Nicht schlecht. Ich sag, die Panzerung ist halt nichts da. Aber ich dachte, ja, vielleicht reicht der Winkel bei beiden nicht. Krass. Aber das war wirklich ein lucky Shot da mal. Der muss echt weit weggestanden haben dafür. Tja, und schon ist unser Team tot. Ärgerlich. Ne, interessante Runde aber. Westfield. Ach ja. Ich hab absolut keinen Plan, wo ich mich hinstellen soll. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen mit der 60TP da so ein bisschen zu stehen. Also, wenn ich halt einen Ansturm spiele und 60TP spiele. Aber da wir halt nur so einen extremen kleinen Sichtbereich quasi haben, ist es eventuell auch eine richtig dumme Idee. Aber ich würde sagen, probieren wir es einfach mal aus. Laden wir mal ganz kurz nach. Na, haben wir die Zeit. Weil ich glaube, unsere erste Kugel, wenn wir hier, ich meine nicht Probleme haben, aber es ist besser, wenn wir ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben. Dann ist es nicht schlecht. Oh mein Gott, Junge. Da kriegen wir direkt erstmal einen neuen Scheitel gezogen hier. Machen sie bitte mal nicht. Rundum sind die Gegner da. Die Gegner da. Uh, mhm. Biskaviza hat kassiert. Biskaviza, meinst du dich? Sorry. Schade. VfB konnten wir aufhalten. Der Panzerkampf war sieben, kann man leider durch. Ja, Kanone hat er getroffen, das ist gut. Ansonsten wäre er nicht durchgekommen. Ja. Schade. Ja, das war verschenkter Schaden. Oder Leben. Ärgerlich. Aber wir müssen natürlich auch so hochfahren, ist ein bisschen ungewünstig. Ja, guck ruhig nochmal, mein Freund. Jetzt habe ich eine bessere Position. Na, drehen Sie sich ruhig da vorne. Habe ich noch genug? 27 Kugeln kann ich noch in dich reinstecken, wenn du möchtest. Die allerfeinsten Art kennen die Chance. Speziell handgefertigt, nur für dich. Tja, das ist schade. Oh, ich komme gar nicht so runter mit der Kanone dann. Oh, der ist mal nicht mutig genug. Ja, eventuell trifft der mich jetzt. Ne, alles gut. Jo, der war clean. Aber leider nicht drinnen. Das heißt also, für mich ein Vorteil. Ja, komm. Heilen wir die ganz kurz. Woschabe! Das war safe grün. Aber hey, müsst ihr wissen. Der ist da nicht durchgekommen. Der hat keiner in die drinnen und durchschlagt. Okay, das ist gut. Ich sage, wir sind hier sogar in einer besseren Position, als ich dachte. Ja, ich treffe aber leider nicht gut, muss ich sagen. Da, was da im Turm hinten ist, ist aber auch tatsächlich ziemlich gut, so an der Position. Wurde er jetzt getroffen? Oh, der kommt an der Frontplatte hier echt nicht durch? Das ist ja übelst bitter für dich. Tja, schade, mein Freund. Aber das ist jetzt gerade ein ganz guter Boost eigentlich dann für mich, weil das nämlich dann bedeutet, dass ich eigentlich ein ziemlich guter Panzer gegen dich gerade bin. Nice. Sind es diese Freundchen? Schauen wir noch mal ganz kurz um die Ecke. Ich würde gerne einmal noch einen Schuss ablassen. Ich lade so gerne nach. Das habe ich schon lange nicht mehr. Oh, kommt der jetzt zu mir. Hallo. Ja, fahr ruhig rüber. Das ist kein Problem. Ja, siehste, brauche ich mich gar nicht zurückschießen, weil er mich nicht treffen kann. Hm, das ist ja schade. Jetzt, wo ich das weiß, ist das richtig geil. Oh, er kommt auch nicht durch. Ah, toll. Erstmal schön. Dingsfarm hier. Blockdammage. Uncool. Mach mal nicht. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo ich jetzt am besten hinfahren soll. Oh, das ist schlecht. Ey, ich bin ehrlich, das ist wirklich ungünstig. Ja, das ist, das ist, das ist schade. Wann seid ihr denn alle gestorben? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte eigentlich, ich habe die Front gut im Blick, aber ich habe nicht mitbekommen. Weil ich hätte auch einmal ganz kurz darauf geachtet, für den, mach den Scheiß doch mal weg. Ich will was hier sehen. Ich habe kurz darauf geachtet, da waren ein Gegner Team fünf tot, bei uns zwei. Ach, achtest du mal kurz nicht drauf, zack, das ganze Team tot. Lol. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Autsch. Na, schade. Ich war gerade so schön im, da, Zeit trödeln und spiele mit dem Panzerkampfwagen sieben. Naja, ärgerlich. Nochmal die Minen. Hm. Irgendwie kriegen wir nicht so richtig die geilen Karten, wo dieser Panzer extrem abgehen kann. Bei Ansturm war das ein bisschen anders. Da hatten wir ein bisschen mehr Glück. Aber ist auch nicht so schlimm. Irgendwie kriegen wir es schon hin. Weißt du, was wir jetzt probieren? Komm, komm, weißt du was? Ich drehe nochmal um. Ich will jetzt nicht schon wieder alleine da hinten rumfahren. Das ist mir zu doof. Es fährt schon wieder keiner mit. Und nur der 60 CP. Da scheiße ich was drauf. Tut mir leid, aber... Ich mag das nicht mehr. Ich hasse das irgendwie. Es fährt nie einer in die Stadt hier rein. Und zu zweit? Äh, nö. Nö. Sehe ich aber nicht. Ach, ne, 796, nicht 896, schade. Wäre aber ein geiler Wert gewesen. So, die Herrschaften. Guten Tag. Erstmal. Oh mein Gott, wir sind mit allem mal auf dem Berg. Übel. Okay, ihr könnt gerne stehen bleiben. Das ist ja mal richtig edel. Oh ja. Ja. Nein, nicht wegfahren. Bleibt doch hier. Noch haben wir Zeit. Hätte ich das nicht getroffen? In deinem Ernst? Hey. Hey. Hey, der besteht quasi nur aus meinem Zielkreis. Oh, ich bin da getroffen. Geil, ich muss doch unbedingt auf den Turm wechseln. Scheiße. Ja, selber schuld. Ja, soll ich da nicht durchkommen? Ich wollte schon sagen, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ach, lol. Guck mal, das zählt auch, wenn ich einfach... Aber ich dachte, ich muss komplett immer ungespottet bleiben. Aber auch, wenn ich einfach nur so normal ungespottet bin, aber schon vorher aufgedeckt wurde, das zählt auch. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Aber gut so. Hallo. Das ist okay. Beide können uns gerne mit 97 Hits bewerfen. Da sehe ich mich. Kann mich der Hügel da hinten treffen? Bestimmt. Ich platze gleich vor Freude. Wetten wir? Das Objekt ist aber eigentlich auch noch relativ gesund da, ne? Oh. Ich habe früher gedrückt, Mann. Der Schuss kam so eine Viertelsekunde verspätet, Mann. Ja, mach das nochmal. Ja. Danke. Sehr freundlich von Ihnen. Beehren Sie uns bald wieder. Oh, guck mal, wer der ist. Ich mache jetzt was richtig Beschissenes. Und zwar hier vorfahren. Das ist auf so vielen Ebenen so dumm. Aber ist egal. Wie zum Teufel komme ich bei ihm nicht durch, wenn alles grün ist. Er ist nicht durchgekommen. Traurig. Ah, ich müsste eigentlich die Wanne treffen. Aber da bin ich gerade ein bisschen zu doof für. Autsch. Der lädt ganz schön schnell nach, wa? Krass. Ich habe gedrückt. Er ist voll aus. Eeeh. Tod. Kommen wir zum letzten Gefecht. In Himmelsdorf. Potenziell eine sehr geile Karte. Potenziell aber auch eine sehr grauenhafte Karte. Da es nicht allzu viele Jagdpanzer gibt, würde ich tatsächlich versuchen, hier diesen Frontkampf da auszuprobieren. Könnte gut funktionieren, aber... Das könnte auch eine sehr, sehr kurze Runde dann werden, leider. Aber rein von der Logik her wäre das zumindest der beste Frontkampf, den wir da haben. Geschützt vom Berg. Es gibt zwar eine Artillerie, die wir uns da nur mittelmäßig gut treffen können. Generell überall eigentlich. Hier außen hätten wir deutlich mehr Probleme. Vor allem, weil die vom Berg aus runterschießen können. Ja, mach euch noch einen größeren Kreis. Danke. Geil. Okay, ich dachte, ich kann da wenigstens hochfahren. Aber wir werden einfach komplett full stoppt. Nice. Gott, nicht stehen bleiben. Das ist okay. Alles klar. Gut, die Situation hat sich geändert. Ich habe gar keine Chance hier. Ah ja, und die Artillerie trifft mich auch perfekt. Tja, schade. Das auf jeden Fall dazu. Es war eine absolut beschissene Idee. Machst du nichts. Und das Geile ist, da wo ich nicht langfahren wollte, da hinten. Da sind die jetzt absolut easy einfach durchgefahren. Ja, das ist mal wieder typisch World of Tanks eigentlich. In der Planung hätte es gut funktioniert. In der Umsetzung einfach komplett das Gegenteil. Aber absolut das Gegenteil. Ist das traurig. Auch wenn ich durch die Mitte fahren könnte, fahren wir trotzdem einen safe Weg außenrum. Weil, ne? Ja, kommt so. Ich bin selbst hier ja noch relativ gefährlich am stehen. Hat aber noch funktioniert irgendwie. Guck mal, jetzt haben die sogar da durchgeputscht. Ich hätte da einfach warten können. Ach, Leute. Was ist denn hier los? Das ist ein komplette Reinfall, was ich hier mache. Aber ist egal. Okay, stark, 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 stark. Jetzt, das, das Geilste ist, das, das ist nicht wahr. Ich bin halt legit jetzt bei den Panzern ausgekommen, vor denen ich geflohen bin. Aber exakt die beiden. Ja, geil. Ja, ich stand scheiße. Das ist ja absolut perfekt, Junge. Das war halt wirklich legit exakt das, wovor ich weggefahren bin. Und, guck mal. Guck dir das an. Da hätten wir jetzt easy durchfahren können. Da, wo ich jetzt eigentlich, ich bin jetzt extra außen rumgefahren. Und das Ziel, genau dieselbe Situation zu haben, gerade eben umgedreht. Das ist also, wow. Das ist ja wirklich absolut Premium. Na gut, müsst ihr wissen. Scheiße. Na gut, dann kommen wir zum Fazit. Ist das eine Scheiße. Ja, also der Panzer selber, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, mittelmäßig. Ja, kann echt geil sein. Der Schaden ist auch super. Die Nachlehrzeit ist auch echt super. Also das Damage-Potenzial ist gigantisch, meiner Meinung nach. Ist aber halt einfach, also was das Aushalten angeht. Okay, so sehe ich das zumindest. Vergleichen wir es mit dem Hori. Okay, der hat quasi einen guten Schaden, wie er auch. Ja, kommt es mich gleich. Aber hat Nachlehrzeit genauso. Aber was hat er denn jetzt besser? Naja, ich sag mal so. Punkt 1. 360 Durchschlagskraft. Oder 342 von mir aus auch. Ist krasser. Nicht extrem notwendig, aber ist krasser. Wenn wir jetzt noch weiter vergleichen. Hier nochmal. Ach, guck mal. Ah, was ist das denn hier? Panzerung ist besser hier. Ja, der hält tatsächlich nochmal ein bisschen mehr aus. Also nicht immer, aber so ein bisschen gefühlt zumindest. Wir können es uns ja eben ganz kurz nochmal angucken. Ist jetzt ja auch keine große Zeitverzögelung hier. Keine Zeitverschwendung, wollte ich sagen. Hori 3. D-Modell live. Zack. Na, guck mal hier. Der hat halt da überall glatt 300. Und da 350. Ist jetzt nicht die Welt. Aber ist jetzt auch nicht scheiße. Also er hat nicht... Pass auf, das müssen wir anders sagen. Er hat nicht mehr Panzerung. Aber er braucht nicht mehr Panzerung. Das trifft es, glaube ich, besser, was ich meine. Weil, pass auf. Der hier... Oh, wir haben die verloren sogar, die Runde. Ja, damn. Schade. Ne, scheiße. Ne, auf jeden Fall. Pass auf. Hier, das Ding dann zum Beispiel hat 35 kmh. Das Ding dann hat 45. Geschwindigkeit ist aber trotzdem gefühlt irgendwie bei beiden relativ gleich. Weiß ich nicht. Fühlt sich zumindest so an. Ansonsten, vielleicht ist der auch ein bisschen schneller. Kann ja auch sein. Ist jetzt auch nicht so relevant eigentlich. Wenn die Geschwindigkeit ist der hier langsamer. Wobei der eigentlich mehr bräuchte. Weil der hier hat mehr Radius hier. Der kann weiter nach links und rechts neigen. Der hat nämlich hier einen Seitenbereich von 10 Grad. Der nur 5 Grad. Hoch und runter geht das bei beiden gleich viel. Die Streuung, Zielerfassung ist jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied, wenn wir ganz ehrlich sind. Eigentlich ist alles ziemlich ähnlich bei den beiden. Aussehen tut der hier tatsächlich, muss ich zugeben, besser. Auch wenn ich den Stil von dem hier echt geil finde. Ich mag diesen Panzer irgendwie echt gerne. Äh, ja. Ich finde noch einen Vorteil. Die Crew ist nur aus 4 Personen bestehend. Also rein theoretisch. Ist jetzt kein großer Punkt. Aber wenn wir jetzt die Bücher nutzen würden... Machst du bitte mal dieses komische Ding? Alter, man sieht doch so nichts. Mach doch das Ding da weg. Danke. Was soll denn das? Also wenn wir das jetzt hier nutzen würden, dann würden wir da definitiv mehr rausbekommen. Weil wir halt nur 4 Bücher brauchen. Und nicht 6 Bücher. Na also, es ist schwierig zu sagen. Ich finde beide irgendwie gut. Aber lieber spielen tue ich trotzdem, glaube ich, eher den hier. Und das aus 2 Gründen. Erstens. Der Hori, der muss nicht nur im Nahkampf sein. Während er seinen höchsten Schaden halt nur im Nahkampf bekommt. Je weiter der weg ist, desto weniger Schaden macht der. Und das ist teilweise ein sehr großer Abfall vom Schaden. Und macht, finde ich, halt schon ziemlich viel aus. Während der Hori, egal von wo, immer gut reinknallt. Der Hori hat aber noch einen Vorteil. Und vielleicht zum anderen. Sondern der Seitenrichtbereich ist absolut enorm wichtig. Das Ding hier ist eine Katastrophe. Du musst quasi den gesamten Panzer durchdrehen, weil die Kanone gefühlt stuck ist. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber, also ich sag mal so. Irgendwie ein cooler Panzer, aber jetzt auch nicht so krass. Ich würde mir so eine, ich sag mal 6 bis 7 von 10 geben. Er macht Spaß. Ich finde ihn ganz gut. Kann man machen. Jetzt kommt wieder der ganz große Clou dabei. Im Ansturm. Da ist das Ding ziemlich geil. Weil, im Ansturm kannst du ja die Karte selber aussuchen, wo du den spielen willst. Weil, sonst nimmst du einfach einen anderen Panzer. Und dann ist der heftig. Weil, dann ist der halt wiederum sehr, 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 sehr stark. Und das ist halt, finde ich, ein großer Vorteil. Also, wie man sieht. Im normalen Modus würde ich sagen 6 von 10. Im Ansturm so eine 7 von 10. Ja, passt, ne? Gut. Dann würde ich sagen. Sag mal, was ihr dazu haltet. Was ihr davon haltet. Nehmt sie zum nächsten Mal. Adieu. Bis zum nächsten Mal.